Die können es dann auch freigeben, dass es weiter geht, also so ist es bei uns. Er hat seine Tierliebe, da war gestern in Schwörstadt, bei den Schweden, da ist es schön, die Hände schön ziehen zu gehen, wirklich sehr schön. Morgen fahren wir mit den beiden an die lange Erde, was er dazu sagt, ich meine, ein paar Tiere zeigen, das ist ja im Park, dort ein bisschen rumlaufen, weil er ist noch ein bisschen so, wenn ein anderes Tier sieht und er will halt mit einem spielen und wählt dann essen.